Hallo Leute, willkommen zurück zu Live in the Woods, hier auf dem Server mit dem Korti LP, der ist aber leider nicht dabei. So, habt ihr schon gedacht, hä? Wir machen hier erstmal weiter, ein bisschen Marmor noch verbraten, was ich hier hab. Ich muss mir auch noch überlegen, ob ich die Decke so lasse, oder da nicht vielleicht auch Stufen dran setze. Aber die Höhe ist okay, wobei, wenn ich Stufen dran setze, müsste ich es wiederum, ja, dann müsste ich es noch einen wegnehmen. Hä? Weil mir das dann, alter, bei Stufen zu bauen, finde ich immer so hässlich, ich fehl da so voll oft. Höp, ab nach oben. Haben wir denn noch ein bisschen Marmor? Oh, geil. Da ist ja noch was. Da auch. Was sagen? Ah, ich muss noch ein paar Kartoffeln machen für die große, für den großen Rundgang. Also ich würde jetzt eigentlich am liebsten schon loslaufen, aber wir brauchen Verpflegung für unterwegs und das nicht zu knapp. Deswegen bauen wir hier noch diesen Aufgang. Aber auch das muss getan werden. Ja, das wird eh nicht reichen, den Marmor, den ich jetzt hier habe. Da muss ich zwischendurch nochmal... Oh. Das war die Fackel. Die muss da wieder hin. Ja, da muss ich nochmal abernten. Und ich glaube, ich... Baue jetzt erstmal ab hier. Jetzt leckt der Server ein bisschen. Den Sand kann ich direkt dann... Was war das denn? Ach so. Gravel oder was? Ne, Diorit. Oh, da ist ein fetter Slime. Aber erst mal was essen. Gibt hier auch Level. Der war so klar. Hey, Slimy! Warte, ich komm gleich. Ich will nur meinen Bambus hier nicht. Alter, wie lange ich die Dinger nicht gesehen habe. War's das? Ich glaube, direkt ein Level ab. Voll cool. So, wie sieht es denn da aus? Uh. Wir haben hier einen Rucksack. Und der Köder ist bald leer da drin. Mensch, du. So, die Decke. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, die Decke. Ich glaube, ich mache die auch. In diesem... In diesem Marmor-Look. Das lasse ich hier vorne auch erstmal. Da weiß ich noch nicht, wie ich... ...das dann machen soll. Boah, jetzt habe ich gedacht. Aber ja, ein Creeper. So, da kann der eigentlich schon wegbleiben. Die Decke... Alter, hin und her. Hin und her. Wie wäre es denn, wenn ich einen erst abbaue? Genau, bis hier. Und den ziehe ich auch erstmal rum. Geil. Wenn das dann fertig ist. Super. Und ich glaube auch, ich baue hier jetzt doch Stufen rein. Ich habe doch noch eine irgendwo. Wir können das ja mal testen. Ja, ich habe sogar... Das ist die falsche. Aber das ist auf jeden Fall zu... Ne, haue ich mir doch immer den Kopf wieder ein. Wenn muss es richtig sein. Und ich fange ja nicht zweimal an. Ich sitze gerade da dran. Dann kann ich das auch machen. Ich muss eh warten. Wobei... Ich lege mal eben Kartoffeln nach. Und leere das Inventar. Ähm... 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 Äh, ja. Krass. So viel ist das gar nicht eigentlich an Slime-Bällen, aber... Das ist ja hier ein Gebiet dafür. Boah, das war Zeit. Moment, den Dünger. Kommt da rein. Leder. Habe ich auch nochmal ein bisschen was. Salz. Die Fackeln können ich zusammenlegen. Die Komatiten-Blöcke behält dich mal. Hellgrüner Stein. Ach, das war das da unten. Ne, weg mit dir. So, Marmortreppe. Ähm... Oh! Die könnte ich ja eigentlich auch erstmal wegmachen, ne? So, und... Auch die brauche ich nicht. Moment. Die kommen da oben hin. Die hatte ich ja auch da. So, gib mir mal hier noch ein paar Kartoffeln. Da ist ja noch eine Menge drin. So. Ne, da. Und... Da. Und... Da. Höp. Genau, jetzt kann er auch den Kram hier aufheben. Boah, ich muss auch noch die Seite durchgehen hier komplett. Ah, ja. Ah, ja. Und die Decke dann halt noch. Aber kriegen wir hin. Das Marmor ist nicht schwer zu finden. Ich merke gerade, ich mache da gerade was falsch. Theoretisch müssen die ja auch weg. Ah, ich mache erstmal das Sichtbare. Wasser. So. Oh. Den wollte ich nicht. Das wird so mega. Ja. Yo, Digga. Ja, leck doch, du blöder Server. Vor allem immer auf der Stelle irgendwie. Oh, ne. Hier muss ich ja noch weiter. Ich hoffe, das ist euch nicht zu langweilig. Aber ihr könnt ja auch mal irgendwie was ansprechen. Dann quatschig darüber. So. Gehört aber halt dazu, ne? Ne, Quatsch. Warte mal, da muss keiner dran. Kann ich eigentlich alles ausstopfen, sozusagen. Moment, warte mal. Da kommt dann Decke. Ich glaube, da muss noch einer hin. So. Ja, genau. Und dann kommt hier Decke dran. Ne, da kommt noch keine. Hier muss noch Treppe. Hier geht die Decke los. Genau. So, da haben wir hier mal einen Anfang. Das habe ich ja auch übersehen hier irgendwie. Boah, warte mal. Ich mache einfach die Seite, dann ploppt das schon alles raus hier. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug von dem Kram habe, aber... Ich bin halt jemand, der sammelt das dann trotzdem noch auf. Ah, man könnte doch die Fackel nur eins höher setzen, finde ich. Kommt nur doof mit dem dann hier. Ja, hier machen wir das. Eins höher, oder? Wenn wir die da hin klemmen. Oder wir lassen die da. Wir machen nur die hier unten höher. Genau. Oh nein. Da habe ich jetzt keinen Block mehr. Ich habe auch nichts im Ofen. Ja, doch, außer die hier. Warte mal. Marmor. Und Bett. Ah, ist dunkel. Deswegen nehme ich immer die Fackel mit ins Bett. Weil ich Angst habe im Dunkeln. Hallo? So. Boah, der Schatten, ey. Nice. Da muss ich ja doch wieder hoch. Jetzt. Keine Kohle mehr. Ah, ich finde cool, dass ich den Rucksack grün gemacht habe, weil der leuchtet so schön. Also der fällt halt immer auf. Und da brauche ich den nicht in meinem eigenen Inventar groß suchen. Als wie, wenn ich jetzt einen Braun hätte, weißt du. Dann nimmst du Dirt mit, dann suchst du. Wo ist er denn jetzt? So, aber hier bleibt es dann auf der Höhe. Das ist okay so. Perfekt. Na ja, noch nicht perfekt, aber wird noch. Es wird und wird langsam. So langsam muss ich dann auch mal hier die Küche weiter aushöhlen. Also hier, ich denke, dass das schon so ein großer Bereich wird. Boah, Alter, wird das heftig. Ich muss erst echt gucken, wie viel ich von diesen Regalen dann auch noch brauche. So. Die Köder sind alle. Könnte man Ich überlege wirklich, ob ich noch einen zweiten Rucksack crafte Wir werden wirklich so viel finden Das ist gar nicht viel Das ist nur dreimal das hier, oder? Drei, drei Na gut Mit der unteren Leiste Ne, nicht ganz Es ist nicht viel, also das kann auch täuschen Man denkt, oh ich hab voll Platz Und dann Platzt dir auch der Rucksack Nur die Frage, wie viel Leder haben wir denn? Drei Ja, wir haben doch auch noch Na, komm, Gips Mit Ne Boah, gut Richtig viel Pommes Das ist jetzt schon mal Eine ordentliche Verpflegung, würde ich sagen Aber ich glaube da Ich warte noch, bis es ein bisschen mehr ist Weil Das geht ruckzuck Und wenn du unterwegs bist und nichts mehr zu essen hast Dann Dann hast du einen Zappen Das wäre nicht gut Das, warte mal Ich hab hier noch Noch zwei Stacks Man könnte da noch zur Not ein paar Äpfel mitnehmen Oder so Oder hier Kiwi Aber das bringt's dann alles nicht Aber gut An der Stelle würde ich sagen Danke fürs Einschalten Bewerten nicht vergessen Und wir sehen uns im nächsten Part Wenn ihr wollt Haut drin Bis dahin Tschüss 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 Tschüss